Hallo und herzlich willkommen zur 140. Folge von Forza Horizon 4 oder auch in anderen Worten gesagt, das angekündigte FSK Spezial Teil 2. Das heißt, heute werde ich wieder 10 Autos über meine Teststrecke schicken. Und zwar, ich fange auch schon an mal vorzulesen, welche Autos dann heute alle gefahren werden. Den Anfang macht heute der 2018er BMW M5, dann kommt der 2018er Kia Stinger GT, dann der 2017er Mercedes AMG GTR, dann der 2018er Ford Mustang GT, dann der 2018er Aston Martin Vantage, dann der 2017er Ford F150 Raptor, dann der 2018er Honda Civic Type R, Generation FK8 wäre das, beim M5 wäre das Generation F90, dann nun doch, eigentlich war es nicht geplant, aber nun doch ist sie dabei, die 2019er Chevrolet Corvette ZR1, dann noch der 2018er Porsche Cayeturbo und als zehntes und letztes Auto in dieser Liste der 2013er Subaru BRZ. So, das waren jetzt 10 Autos, aber jetzt hättet ihr euch vielleicht Fragen, Fabian, du hättest diese 10 Autos vorgelesen, aber im Hintergrund gerade steht ein Porsche 2018 Spider, der war in dieser Liste aber gar nicht dabei. Da habt ihr absolut recht, ihr schlauere Füchschen, der war auch nicht dabei, der werde ich heute aber trotzdem fahren, denn, wie sagen wir, es kam auch im Let's Play vor, wie alle anderen auch und ist auch ein für mich sehr besonderes Auto, vor allem auch im Mitglied einer besonderen Liga von Autos, und zwar die auch gerne mal als die heilige Dreifaltigkeit bezeichnet wird, damit gemeint sind drei Hybrid Hypercars aus den Jahren 2013 und 2014, das einmal hier wäre der 2014er Porsche 918 Spyder, dazu von McLaren, der 2013er McLaren P1 und aus Italien der 2013er Ferrari LaFerrari. Das sind drei Hybrid Hypercars, also alle haben einen Verbrennungsmotor und ein bis zwei Elektromotoren, glaube ich, hybridmäßig, teilweise Heckertrieb, teilweise Allrad, alle so mit grob ähnlicher Leistung, und die werden gerne mal, wenn es darum geht, bei Hypercars werden diese drei Autos gerne mal verglichen, ich bin zwar den McLaren P1 und den Ferrari oder Ferrari noch nicht im Let's Play gefahren, macht aber nichts, ich werde sie heute trotzdem fahren, und zwar alle drei jetzt direkt hintereinander und ich würde mal sagen, den Anfang macht einfach mal der hier, der 2014er Porsche 918 Spyder. und ich werde sie heute wiederholfen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.